Eine Holdinggesellschaft. Solltest du hier eine haben oder sollten es mehrere sein, wenn ihr auch mehrere Gesellschafter habt? Dieser Frage wollen wir hiermit auf den Grund gehen und damit herzlich willkommen. Ich bin Robert Giebenrath, externer CFO für Wachstumsunternehmen. Ich habe schon sehr viele Unternehmen mit einer Holding verhaftet bzw. bei der Einführung einer Holding unterstützt und möchte jetzt hier etwas zu sagen, weil ich diesen Fehler, einer dieser beiden Fehler, schon sehr, sehr oft gesehen habe. Und den ich hiermit ein für alle Mal ausmerzen möchte. Also, kurzer Disclaimer vorab, ich bin kein Steuerberater, berate an dieser Stelle auch nicht steuerlich, sondern berate aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive und gucke mir auf dieser Basis das Thema an. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Stell dir mal vor, es sind zwei Gesellschafter, können auch drei, vier sein, also N Gesellschafter, mehrere, N größer 1. Also, wenn du ein Gesellschafter bist, okay, dann hast du vielleicht das Thema einfach ein Gesellschafter, dann bist du hier oben, zack. Dann hast du hier deine Holdinggesellschaft. Dann hast du hier drunter deine operative Gesellschaft. So, eine klassische Struktur macht oftmals Sinn, weil du hier Gewinnausschüttungen und den Unternehmensverkauf als solchen mit nur effektiv 1,5% versteuerst und damit hast du extrem viele Vorteile. Hier auch Verweis auf meine anderen Videos, lohnt sich eine Holding etc., kannst du separat nochmal schauen. Das ist hier der Weg, wie das grundsätzlich bei einer Person aussieht. Jetzt ist aber die Frage, wenn zwei oder mehr Gesellschafter da sind, also hier, sollte die Struktur, Moment, wir malen es hier mal damit, dass wir beide auf den Blick haben, sollte die Struktur so aussehen, gemeinsame Holding und dann operative Gesellschaft oder sollte die Struktur so aussehen, dass jeder eine Holding hat und die Holdings dann gemeinsam in der operativen Gesellschaft beteiligt sind. Also ist das die Frage, so oder so? Was spricht für das eine, was spricht für das andere? Wenn ich hier mir das angucke, oftmals auch hier oben, kann ja auch sein Liebespaar, Ehepaar oder beste Freunde seit Sandkastenkindheit oder was auch immer. Man vertraut sich, man ist Geschwister, kann alles sein. Und dann ist man hier zum Beispiel, sagt man, ja Mensch, ist ja logisch. Wir haben hier unser Vermögen zusammen, wir investieren hier zusammen, wir haben hier die Firma zusammen und das macht der Sinn, Steuerberater hat uns gesagt, ich soll eine Holding gründen. Das kann immer der Fall sein. Wenn du die Holding hast, auch einmalige Gründungskosten, nur einmal die Verwaltungskosten und hier hast du ja doppelte Kosten. Musst hierfür zahlen, Jahresabschluss, dafür Jahresabschluss, hierfür Gründungskosten, dafür Gründungskosten. Also spricht kostenseitig bei der Einrichtung, der Errichtung und der Verwaltung ja erstmal alles für grundsätzlich diese Struktur. So, das kann man so sehen. Jetzt ist allerdings mein Appell dahinter, das ist absolut dumm. Das sollte man auf gar keinen Fall machen, dass man als Gesellschafter zusammen eine Holding hat. Ausschließlich, wenn man dazwischen oder darüber nochmal jeder eine Holding hat, dann darf man auch eine zusammen haben. Aber direkt mit einer Holding an der operativen gemeinsam beteiligt sein, ist unternehmerisch Selbstmord. Das solltest du nicht tun. Denn was spricht da extrem gegen, dagegen entspricht, oder spricht extrem, dass du dir über, eine Holding ist ein Investmentvehikel. Du schüttest hier deine Kohle aus, damit du in der Holding weiter wirtschaften kannst und dich zum Beispiel an einer weiteren Firma beteiligen kannst, Immobilien darüber kaufen kannst, Aktien darüber kaufen kannst, in Krypto investieren, was auch immer. Und wenn ihr gemeinsam ein Investmentvehikel habt, dann müsst ihr euch ab sofort über jede einzelne Investition 100% einig sein. Was passiert denn, wenn der eine in ein Mehrfamilienhaus investieren will und der oder die andere will aber sich jetzt beteiligen an dem neuen, richtig potenzialreichen Start-up des Cousins. Dann kommt ihr nicht übereinander und es sind 100.000 Euro nur drin. Dann kommt ihr nicht auf einen Nenner und dann gibt es hier immer, immer, immer Beef. Und wenn ihr jetzt verheiratet seid, dann könnt ihr euch trennen. Wenn ihr Geschwister seid, dann könnt ihr euch zerstreiten. Wenn ihr ein Liebespaar seid, dann könnt ihr euch trennen. Das ist immer möglich. Und wenn ihr euch trennt, dann ist hier Polen offen. Dann ist es hier extrem stressig, auch das hier auseinander zu bekommen. Deswegen habt doch gleich das hier. Mensch, das sind 2.000 Euro Verwaltungsgebühr im Jahr, die das mehr kostet. Dafür habt ihr die Möglichkeit, dass jeder separat voneinander investieren kann. Dass ihr hier keinen Stress habt, wenn das Ganze doch mal auseinander gehen sollte. Du hast hier doch schon wieder den Nachteil. Irgendwann sagt der, ich will alleine weitermachen, kauf die Anteile raus und das hier ist wieder komplett steuerlich mit 30% zu besteuern. Teil in den künftigen Verfahren vielleicht 28%. Aber dann hast du hier wieder die knapp 30%, die du eigentlich nicht mehr haben wolltest, wenn du deine Firma verkaufst. Das heißt, diese Trennung ist für den Arsch und es ist für den Arsch, wenn du investieren möchtest. Deshalb immer, immer, immer pro Gesellschafter eine Holding, egal wie eng dein Konstrukt ist. Das ist meine Praxiserfahrung. Ich habe es sehr oft gesehen, dass dieser Fall hier eingetreten ist. Das tut weh, das ist unangenehm und das wäre verhindert worden, wenn das Konstrukt vorher so ist. Vielleicht kriegst du irgendwo einen anderen Rat. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe es in der Praxis sehr oft gesehen. Gerade bei Wachstumsunternehmen in einem volatilen Markt unbedingt das hier tun. Das ist meine absolute Empfehlung. Aus der Praxisbrille heraus, wenn du dazu weitere Fragen hast, wann eine Holding für dich Sinn macht, ob die für dich Sinn macht, wie du da investieren kannst, wie du genug Kohle in die Holding bekommst, wie du dich liquiditätsseitig aufstellen solltest, damit die Holding geflutet werden kann, damit du hier einfach ein extrem vermögender Dude wirst, dann melde dich gerne www.rg-finance.de. Wir bringen deine Zahlen in den Griff. Wir sorgen dafür, dass du sehr vermögend wirst. Und dann können wir dazu bald schon miteinander sprechen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns in einem nächsten Video wieder.